Doni ist in der Schildkrötenposition. Ich greife mit beiden Händen den Arm, der weg von mir zeigt. Mit einer Hand am Bauch vorbei, mit der anderen Hand am Kopf vorbei. Greife nun den Oberarm von Doni und ziehe ihm seine Stütze weg. Nun kann ich ihn nach dort umwerfen und lege mich drauf mit dem Pfannkuchen. Noch einmal. Beiden Händen den entfernten Arm wegziehen und mit meinem Körper umschieben.